In dem heutigen Erfurter Sprachhäppchen geht es um das strategische Therapiekonzept der Wortschatzsammler. Der Wortschatzsammler ist ein sprachtherapeutisches Therapiekonzept, welches auch im schulischen Kontext eingesetzt werden kann. Es wurde von Motsch und Brüll 2009 entwickelt und liegt in der dritten Auflage von Motsch, Marx und Ulrich 2018 vor. Es hilft beim Einspeichern und Abrufen von neuen Wörtern. Der Wortschatzsammler kann zum strategischen Wortlernen bei allen Kindern eingesetzt werden, aber es ist insbesondere für Kinder mit Problemen in der semantisch-lexikalischen Entwicklung geeignet. Hier hilft ihnen das Konzept dabei, den aktiven sowie passiven Wortschatz aufzubauen. Das heutige Video bringt ihnen das Konzept praktisch näher. Der Pirat Tom wird normalerweise als große Handpuppe eingesetzt. Frieda stellt ein Kind dar. Falls Sie mehr theoretischen Hintergrund über das Konzept erfahren wollen, finden Sie in der Infobox Literaturempfehlungen von uns. Hallo Frieda, ich bin Tom, der Wortschatzpirat. Ich gehe heute mit dir gemeinsam auf eine Schatzruhe. Hast du Lust? Ja! Dann müssen wir als erstes unsere Schatztruhe suchen, die im Raum versteckt ist. Aber wo kann sie nur sein? In der Schatztruhe sind Fotos und Schätze. Schätze sind die Dinge auf den Fotos, die du nicht kennst oder deren Bedeutung du nicht weißt. Wollen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Schätzen machen, Frieda? Oh ja! Los geht's! Lass uns gemeinsam die Schatztruhe suchen. Super, wir haben sie gefunden. Spitze gemacht. Ob sich auch Schätze in unserer Schatztruhe versteckt haben? Dann lass uns endlich reinschauen. Hm. Kenne ich den Namen oder die Bedeutung des Gegenstandes? Nein! Also habe ich einen Schatz gefunden. Frieda, jetzt bist du dran. Greif in die Schatztruhe und nimm dir ein Foto daraus. Schau, ob du auch einen Schatz findest. Frieda, kennst du den Namen oder die Bedeutung des Gegenstandes? Nein, habe ich jetzt einen Schatz gefunden? Ja! Fantastisch! Dies wird so lange gemacht, bis keine Fotos mehr in der Schatztruhe sind. Jetzt wollen wir schauen, welche Schätze wir gefunden haben. Das ist mein erster Schatz. Wie könnte er nur heißen? Ich habe keine Ahnung. Ich frage mal meine Schwester Thea. Sie weiß es bestimmt. Thea, was ist das? Schön, dass du fragst, Tom. Es ist ein Schneebesen. Hm, du Thea, aber was kann man damit alles machen? Damit kann man zum Beispiel den Teig für einen Kuchen umrühren. Hm, Schneebesen ist aber ein ganz schön schweres und langes Wort. Dafür muss ich meinen Zaubertrick anwenden. Er geht so. Ich sage das Wort dreimal laut hintereinander und zauber es mir in meinen Kopf. Schneebesen, Schneebesen, Schneebesen. Und schon habe ich das Wort in meinen Kopf gezaubert. Frieda, was ist dein erster Schatz? Das ist mein erster Schatz, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Dann musst du jetzt jemanden fragen, wie dein Schatz heißt und welche Bedeutung er hat. Du, Thea, kannst du mir verraten, was das ist? Ja, schön, dass du fragst, Frieda. Es ist ein Bügeleisen. Kannst du mir noch sagen, was ich damit machen kann? Natürlich. Damit kannst du die Falten aus Kleidung rausmachen. Danke für deine Hilfe, Thea. Dieses Nachfragen wird fortgesetzt, bis alle Schätze von Frieda und Tom besprochen wurden. Zum Schluss stellen sich Tom und Frieda ihre Schätze gegenseitig vor. Sie benennen den Gegenstand und sagen, wofür man es verwenden kann. Wenn sie dies richtig machen, bekommen sie eine Schatzkarte mit Bild und Namen des Gegenstandes. Falls Tom oder Frieda den Gegenstand nicht mehr benennen können oder die Bedeutung nicht mehr wissen, können sie erneut nachfragen. Alle Schatzkarten werden dann in einer Schatzkiste aufbewahrt und alphabetisch einsortiert. Das ist ein Bügeleisen. Wo ist die Neu für Aundschaft? Das ist ein Bügeleisen. Man kann den Schatzkarte von der Freundschaft von Koffel Flynn ausgetauscht. Das ist von dem Koffel. Die sind dann auch die Glücksauce. Diese iPhone-Lose und alles ist ein Bügeleisen,